Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Jump Minecraft! So, wir sind im... ...sag ich mal in der Welt 3, Level 2. So, jetzt geh ich grad mal, wo wir hin müssen. Ich tippe mal zum Wasserfall. Komm, schnell, ach schön. Grad noch schnell ausgekühlt, äh, abgekühlt meine ich. Wie soll man das bitte schaffen? Von da kann man aufspringen, was? Wo müssen wir so gerade hin? Ja, ich glaube, wir müssen dahin. Schön. Schön. Ach du... Ist das nicht der E1, oder? Fuck! Ich brenne! Wuii! Apropos mein Charakter, ähm, ich hab den Skin eingefügt. Doch es gibt, ähm, schon Probleme mit dem Skin. Und zwar, ähm, hab nicht nur ich, sondern es ist ein allgemeines Problem bei der 3.1. Bei 1.3.1, weil, ähm, irgendwie funktioniert das mit dem Skin noch nicht, irgendwie. Der ist halt noch in der... Aua! Beta-Version. Alpha-Version meine ich. Lava ist echt fies, ey. Looks like another maze. Ach, du altiger. Das ist mies. Schäfchen! Toll! Aua! Also, man muss immer... Der Punkt ist immer rechts gehen. Wohl, wie man so gesagt... Man muss immer da rechts gehen. Das ist immer die einfache Strategie, hier rauszukommen, was mal dahin. So, schütt mal. Aua! Aua! Da sieht doch scheiße aus rechts. Noch mal links. Hm. Aua! Ist es da? Respect! Roll checkpoint, kurz. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Gut! Woaaaaa! Schnell, schnell, schnell! Tee! Boah! Leute, ey! Ich springe ja meistens mit Doppelsprung, lass dich hoch, nein! Ja, ich versuche mal mit Doppelsprung zu springen, weil dann komme ich halt auf das Ding wieder drauf, auf den Block und dann... Ich komme auf den Block drauf und dann... Hä? Ach, da war ich schon. Ja, ich komme auf den Block drauf und dann drücke ich sofort Schiff, damit ich nicht runterfalle. Ich frage mich gerade... Hä? Okay. Level 2 bis 3, 4, 5. Ich bin gerade irritiert, weil... Wir waren bei... Welt... 3, ne? Level 2, 2... Oh Gott, ich probiere mal in eine andere Richtung. Ne, von da kommen wir ja. Ne, ich glaube wir müssen in die Richtung, doch. Ist da schon richtig. 2 bis 5. 2 bis 5. 3 bis 5. 3 bis 5. 3 sind wir richtig schonmal. Ich muss gerade noch einen Eingang finden. Ich habe auf jeden Fall Lava. Und Schäfchen! Level 4? Ne, ist zu weit. Oh, Kohlen-Ei! Danke! Piu! Ach so. Boom! Hä? Okay, ich blick gerade nicht. Von da... nach da... Hier ist offen. Drei, vier, genau. Mann, ist das komisch, ey. Ne, warte. Warte bestimmt nicht nochmal. Auf jeden Fall noch habe ich einen Checkpoint aufgemacht. Hier war ich auch schon. Okay, ich halte gerade nicht. Ich habe keinen Checkpoint vor. Hm. Wir wissen ja den Weg. Wir wussten den Weg. Ja, krieg ich wieder einen. Aua. Aua. Ja, den Checkpoint habe ich doch hier aufgemacht. Okay, mehr bei so einem Sandstein-Ding. Drei von vier, ja. Huch! Wir mussten auf jeden Fall hoch, genau. Ich habe keinen Bock jedes Mal da hin zu rennen, ey. Da ist die Toilette. Weißt du was? Ich überspringe das sehr well. Weißt du was? Tut mir sehr leid, aber trotzdem... Das ist die Toilette. Also. Dann geht's mal weg. Hm. Checkpoint. Komm wir von da oder müssen wir... 1, 2 Checkpoints Von da oben komme ich bestimmt, ne? Was? Lass mich fragen, da kommen wir auch nicht hier lang. Hm, gut, da müssen wir hier lang. Die kommen von da. Zack, da hin. Etch. Das wird richtig? Ach, hier. Ah, scheiße. Ähm. Okay. Tut mir leid. Wenn dann aber an Schluss ist und dann... Super. So. 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 Der war doof. Ist er hoch? Nein, ich hab noch Schiff gedrückt! Wollen wir sogar da hin? Ich weiß es nicht. Man kann sich das aussuchen, oder? Ja, ja. Der nächste Teil ist auf der rechten Seite. Was? Achso, man kommt von da. Okay. Man kommt von da und muss an... Okay, ich weiß nicht. Das war jetzt so gut. Vor allem habe ich mir den nächsten Trick hier. Blut. Leute, ich bin hinggeblieben. Zack, da hoch. Du bleibst da so schön. Du bleibst da so schön. Okay. Ich würde sagen, ich wende mich, wenn ich wieder oben bin. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir verkalken nicht so das nächste Mal. Okay. Gut. Wir sehen uns. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Bete Cir sauce. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.